Der Arbeiter hat den Geldbeutel im Kühlschrank gefunden. Der Arbeiter hat den Geldbeutel im Kühlschrank gefunden. Der Arbeiter hat den Geldbeutel im Kühlschrank gefunden. Die weiße Couch mit dem Loch ist 50 Jahre alt. Der Arbeiter hat den Geldbeutel im Kühlschrank gefunden. Der Arbeiter hat den Geldbeutel im Kühlschrank gefunden. Hast du am Donnerstag frei? Ich will Fahrrad um den See herum fahren. Der Arbeiter hat den Geldbeutel im Kühlschrank gefunden. Der Arbeiter hat den Geldbeutel im Kühlschrank gefunden. Der Arbeiter hat den Geldbeutel im Kühlschrank gefunden. Meine weiße Couch sieht hässlich. Die weiße Couch ist neu und hat ein Loch. Der Arbeiter hat den Geldbeutel im Kühlschrank gefunden. Der Arbeiter hat den Geldbeutel im Kühlschrank gefunden. Mieten mieten Ich habe am Freitag frei und will ins Kino gehen. Wem gehört das Kind hinten? Wem gehört das Kind hinten? Warum verspätest du dich? Warum verspätest du dich? Meine weiße Couch sieht hässlich aus. Der Schiff ist ein Eiweiß, mit dem ich. Ein Eiweiß ist ein Eiweiß. Einer ist ein Eiweiß. Ich hab meine Eiweiß mehr. Untertitelung des ZDF, 2020